Das ist der Atlas und Pipa-Ding. Pipa-Ding! Warum hast du eigentlich Atlas und Atlas-Fibula? Weil ich der Breitere bin. Du weißt was? Es ist egal, was es kalt ist. Das wichtigste ist, dass du es liebst. So schnell wie du kannst. Das geht doch. Für dieses Exhibit, ich war mit einem Todmotiv. Aber ich sehe, dass du das herausgefunden hast. Mit dem Todmotiv? Jee, das Problem ist, das Blumen muss da hin. Da hin. Damit wir wieder springen können. Ja, deswegen mache ich jetzt den hier. Und jetzt musst du das da hin machen, und da hin. Das ergibt sogar Sinn. Ja, du musst es jetzt verteilen. Ich bin ja schon dabei. Arbeitest, Lase. Klugscheiß hier nichts warum, nur weil du Student bist. Jura! Hi, Lai! Ich bin schmerzt, nicht fallen. Ich bin der Erste! Ich muss ihn doch schon kennen. Ich bin schmerzt, ich bin der Erste! Ich bin der Erste! Ich bin der Erste! Einmal! Einmal! Alles klar! Tja, man muss Rückschläger leben! Für die Wissenschaft, 4S1! 5S1! Haha, ganz genau. Best 85 million we ever spent. Hatte ich sogar 80 million? Millioner. Wie ging das nochmal? Du musst mich ganz oben anspringen oder so, ne? Ah. So, komm, noch eine machen wir. So. Ja, so war... so erst mal nicht? Doch, geht noch. Aber das Volk ist voll kloos. Ist das kloos? Boah. Wie ist das kloos? Hör mal. Hör mal. Oh nein. Ja, ich glaube auch. Ja, voll. Du musst dich erst mal wieder da rüber wollen. Im Glück gibt das bei mir vier Zehn tausend mal schneller. Ich war ja... Ich war aber auch vorscheidiger. Ich wollte jeden... Sorge? Ich wollte jeden einen Zentimeter mit diesem blauen... Der blauen Flüssigkeit. Der blauen Flüssigkeit wollte ich bedenken, ja. Ja, du musst da reingehen. Ja, dann musst du das mal wegmachen. Nein, eben nicht. Da geht's jetzt durch. Wer hätte es gedacht. Nein, wer hätte das gedacht. Ich wollte dann sagen, das war es schon. Out of time. Leckerlich. Geschwindigkeitsgehe. Sprunggehe. Warte, warte, mach mal. Mann, lass mich doch erst mal was versuchen. Okay, hau ran. Ich will erst mal springen. Ehhh. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt musst du mich... Wait a second. Ja, das war jetzt falsch. Ich wollte springen. Ja, das war jetzt falsch. Okay, I'm officially switching the theme of this exhibit to survival. Why don't you try that now? Tch. Ja. Mach mal bitte da, einst und da einst. Ehhh. Wo? Wo? Ehhh wo? Wo? Das war jetzt nicht. Das war jetzt nicht. Wow, wow. Oh, wow. Everything seems so orange. Everything seems so orange. I just want to run away. Wow. Soll ich mit dem Geschwindigkeitsgeheer da? Da muss ich mit dem Bluegeer eingehen. Buhh. Der orange. Ah, das sieht doch gut aus. Mach mal da einen. Nur noch von der richtigen Seite wahrscheinlich. Hier hinab. Das wäre super. Ich dachte, du willst ja auch ein schönes Gel drauf haben. Ne, ne, mach einfach hier noch. Ehhh. Hm, Moment. Ich hab beide blau. Okay, klar. So. Pfff. Hm. Ehhh. Ah, jetzt weiß ich. Das hier. Muss gleich. Ähhh. Dahin. Glaube ich. Kann das sein? Ehhh. Und das muss ich irgendwie springen können. Oder mach mal. Da gleich. Ehhh. Was denn für eins? Hell, blau oder dunkelblau? Ich überleg grad. Ähhhh. Muss auf jeden Fall erstmal anders vor. Mach mal bitte da blau hin. Pfff. Hell oder dunkel. Hell oder dunkel. Hell oder dunkel. Blau. Hell oder dunkel. Achso, äh. Ja, da musst du hell immer. Reagiert nicht. Das ist schon hellblau aus jetzt. Reagiert nicht. Achso. Naja. Ich kann doch gar nichts machen. Ist so weit weg anscheinend. Ich verregierte nicht drauf. Ich bin nicht frei. Mach jetzt. Mach mal. Mach mal. Warte. Hau mal jetzt da rein. Da rein. Genau. Was? Mach mal. Mach mal. Wir müssen hier eins machen. Und dann da eins. Und dann müssen wir das zünden. Also. Also. Warte. Erstmal hier. Hau mal. Hau mal da eins rein. Dann war genau perfekt. Warten. Perfekt. So. Jetzt mach mal. Äh. Da ein. Dein hellblau aus dann. Da dein hellblau aus. Mein dunkelblau aus kann ich nicht richtig umsetzen. Jetzt kann ich hier. Jumpen. Weißt du? Ah. Aber fehlt dir nicht trotzdem der Geschwindigkeitsbus? Ja. Ich brauch den Geschwindigkeitsbus. Äh. Mach mal. Hier hellblau. Aber dann wird dein blau aus weg. Ja. Versuch mal. Da. Äh. Dann geht dein blau aus wieder weg. Ja. Jetzt muss ja nur da. Hier siehst du da ist. Ah. Fuck da ist. Ist da eigentlich ein. Ist da hinten neben dem Portal? Nein. Nein. Das ist irgendwie Puta. Ja. Ja. Was ist denn? Was ist das zu tun? So könnte es klappen So könnte es indeed klappen Das war auch wieder ultra-kromisch, aber egal That's just us fooling around Komm mal hier bitte hellbar hin Huch, ist der nicht schön hellbar? Okay, und um oben Sie haben diese preciose Ideen Naah, ich glaube da hat irgendwie der Punkt gefehlt Hmm, that could be Vielleicht Wenn ich die Idee, machen wir erstmal da, ist blau, ja? So, hier ist blau Ich muss erstmal durch Jetzt mach ich erstmal Mach erstmal deinen Dingschick Mach deinen Dingschick, ey Naah Ey, ich spawnte aus Traum, ey Ey, ganz ehrlich Ganz ehrlich, ich spawke eins Mach mal, bitte da, und mach mal Mach mal, bitte da, und vorzul hin Ja Äh, okay Mach mal ein bisschen höher hier, geht das? Mach mal ein bisschen tiefer Feilabstimmung Mach mal da Mach mal da, Dunkelblau Da wo da Malaka 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 Alright 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 This ain't the bad Everything on Anfang Yeah Seems legit Dave hat die Idee Poing Ne, wir brauchen wieder hier, blau, weißt du Hier, wo ich jetzt stehe, brauchen wir wieder Bo-ding Glaube ich Das heißt, wir müssen wieder Bo-ding 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 Hahaha Hahaha Alter Wenn man solche, wenn so viele anziehen, das ist einfach Ja Bam, hast du gesehen wie schnell das ging Ja, aber Dave ist fast nicht hier That's just me, playing around Okay Mach mal bitte da Ach nee, geht ja gar nicht mehr Schuh schlagen, ich kann Mach mal, mach mal da, und da Katunga Katunga Katunga, Katatunga EIN STÜCK FURREF Mach mal da eine Also da, Dunkel Weeeeee Genau Foreverian That might be perfect Da kannst du mal orange werden, du Sau Dann halt ich Sehr blau Ach Irgendwie Du hast dir ganz kurz Zeit Anscheinend Ja Aber jetzt müsstest du doch reinkommen und das Ja, ich hätte jetzt Dave Moment Warum Ich hänge Warte Ja, ich hänge echt fest Map glitch, warte, warte, warte Wir müssen irgendwie autosave und dann abgehen Warte Ja Autosave und dann Ähm Jetzt versuch doch jetzt wieder in den Dunkelblau reinzuspringen Du musst jetzt Du musst jetzt Das ist doch das erste Mal Du musst ja nicht nach da springen Du musst jetzt springen nach da Nach da Versuch der mal rein zu springen Aber das kann doch klappen, oder nicht? Das kann doch klappen, oder nicht? Das kann klappen, ja Theoretically Let's try this shit out Hii Hey there Hey there Scotty, wie mich ja Du musst ja einfach das Portal machen Speed Du musst auch da ein Portal machen, du Honk Das ist doch aber selten los Das ist doch aber selten los Okay, na Du musst ja einen Portal allein und du musst Hebelung Hahahaha Das ist doch nicht in den Sinkensprung Der hätte es warten müssen Boah, Junge Alter, der Chat auf E ist irgendwie Er springt halt, er springt halt wahllos in den Tod Du kennst mich Boah, ich kann mich kaum drehen, ne? Ich bin sofort FPS-Druck, wenn ich mich drehe Oh, was war's? War die Gute Sooo Ich könnte einfach jetzt hier das Und dann hier her rausgehen Und jetzt kannst du springen So, wenn du theoretisch jetzt, wenn du Bock hast Wenn du Bock hast Kannst du jetzt springen Hast du's drauf, stimmt bitte Ich hab halt keine Nutella gegessen Ich glaub ich muss die Gute abspringen Ich glaub ich muss die Gute abspringen Ich glaub ich muss die Gute abspringen Korani hat... Korani hat keine Nutella gegessen Äh, jaja, ist egal Deswegen wurde er ja auch nicht... Läuft mich zu Honk Mach da das selbe, glaube ich Hey there Ah, warte Hw ho ¡H реально! Hw hw! Hw 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 h k M aaan Der war dazu Mich zu versuch weißt du, so drüft Und dann bin ich irgendwann, gelandet Hier vorne! Fall in die Säure! Fall in die Säure! Fall in die Säure! Oh, schade! So, da hinten ist es rot, ne? Was ist eigentlich mit diesem Knopf da? Braucht man den für irgendwas, oder? Da ist so'n Cube! Hey! Mann! Das liegt total! Da fehlte was! Ja, 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 ich bin schuld! Gib' ich zu! I have a horrible mate! Und das war jetzt auch gar nicht, weil du gewonnen hattest, eben! Ching, chung, chung! Natürlich nicht! Natürlich nicht! Wie würdest du denn auf solche Ideen kommen? Ja, ich mein, gewinn immer! Hi! Na, hab schon! Okay, ähm... Bist du jetzt endlich bereit? Wie du Bock hast? Ey, das geht nicht! Sprichst du zu früh, oder was? Nein, ich spring schon am letzten Edge! Was, was ist mit diesem Cube da? Kann man den nicht irgendwie gebrauchen? Da geht die Tür auf, aber ich finde, das ist das Einzige! Ich hab' ne Idee! Mach du mal bitte da ein hin und da ein hin! Äh, was? Da hin und was? Da ein hin und da ein hin! Da hin und da ein hin! Da hin und da ein hin! Ne, da hin! Da! Genau, da! Und da hin! Da! Da! Das hast du auch unten! Genau! Also du wolltest jetzt da und da, so ist es mir anders! Ich hab' ne Idee! Und da, so ist es mir anders! Das ist mir anders! Das war wieder falsch rum! Kolumbianer! Und sonst ist mir nicht Kolumbianer! Guck mal, siehst du das hier? Irgendwie haben wir da Orangen gekriegt! Da will ich Blau hinhaben! Weißt du, ich hab' grad gedacht, man, 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 beim Jumpt, Jumpt dann dagegen und dann da wieder zurück! Du, es ist relativ einfach, da Blau hinzukriegen! Dann hau rein! Wenn du dein komisches Strahlen-Schuldschild da wegnimmst! Ja, eben nicht da hin! Gut! Das warst du, mein Freund! Achso, gut! Na, dann mach' ich dir da jetzt auch hin! Als Entschädigung! Danke! So cool! Ach nee! Da muss es hin! Neee! Und da muss es selber hin! Noch! Hä? Jetzt kommts! Aber jetzt kommts nach oben! Geht das denn anders? Warum? Wie hast du denn da auch unten gekriegt, du Glitcher? Geht aber eigentlich gar nicht so! Doch, so und so! Ja, dann geht es nach da oben! So weit! Ja, da solls auch hin! So, ich dachte, du wolltest es nach da unten! Nee, nee! Geht das auch mal! Wie hast du es echt nach da oben gekriegt? Das geht mit der 3! Wenn man ein Skill hat! Wenn man ein Skill hat! Mit Zeit und Gravitation! Mit Zeit und Gravitation! Jetzt haben wir da auch schon mal rum! Das heißt, wir können ja zu Backjumping machen lassen! So! Gieß du das? Hm! Das wird so awesome! Okay, ähm! So zu awesome wird das! Das wird so awesome! Das wird so awesome! Das ist gonna be huge! Jetzt müssen wir nur gucken, wo ich hinspringe! Sind wir bereit? Nee! Was muss ich denn noch machen? Was machen? Ja, du musst das Portal setzen! Du musst das Gelbe setzen! Du springst ins Rot! Das heißt, du musst Gelb hier hinsetzen! Gibt mir nicht wieder die showing! Du bist irgendwie sogar zu weit! accident! Singe so weit! Warte mal, bring mir den! Sprüge jetzt zurück! Vumm… Klarwumba und katerwumba So, weißt du? Klarwumba und katerwumba Ey, Bucher, du hältst dich wohl was Besseres Ja! Hatten wir eigentlich das neue Kurt Krömerding schon gekobt? Kröme de la Kröme? Hab ich gar nicht gesehen? Nee, glaub nicht Das ist ja als DVD, aber schon seit letztes Jahr Ja Null Ja Hab ich gestern erst gemerkt Sollten wir uns mal besorgen Schloß noch her Ok, wo ist die komplett besorgen? Mann So, schieß ein Wir haben aber irgendwie noch nie das hier ausprobiert, oder? Jetzt weiß ich ja warum Ähm Ohohohoho Was würde schief gehen? Alter! Wie sliding Wie krisch Wie dumm sind wir? Wie dumm sind wir? Verdammte Scheiße! Alter, das ist so peinlich! Da oben ist übrigens so ein Cube. Damit können wir das halten, ne? Ja, 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 wir müssen jetzt irgendwie da rauf. Alter! Alter, wieso kommen wir nicht auf den Scheiß? Ah, ich hab die Idee. Mach mal da einen Sinn und da einen Sinn. Jetzt ist mein Brain wieder an, jetzt kickt der Eist hier. Hier hin und da. Ah, ja. Das ergibt eigentlich Sinn. Wenn es so funktionieren würde. Mach mal da einen Sinn, bitte. Mach mal da orange, da orange. Ja, da will ich die orange, das orange Zeug haben. Mhm, 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 mhm. Ja, ja, orange war hier. Mhm, mhm, mhm. Wenn es dann kommt, kommt's. Jetzt ist blau wieder weg. Jetzt mach mal blau, weil das geht ja nur an einen Punkt. Das blaue geht ja nur an einen Antigen. Jetzt wird das blaue mit dem Orange für mich bestimmt macht das Ultra Bubblegum. Sick Bubblegum. Ja, komm mal hier hin. Ja. Genau, komm mal da. Awesome. Mhm, mhm. Ja, du kannst jetzt runterkommen und dann... Alter, nein. Ja. Alles okay. Alter, theoretisch brauchen wir für diese Kammer zwölf Sekunden. Was lernen wir daraus? Oder ist die früher anfangen zu trinken? Dann machen wir da hell, aber da dunkel. Dann machen wir hell und dunkel. Dann machen wir hell und dunkel. Ja. Nur Sturmstammelbeine. Soll ich dich jetzt boosten oder was? Das geht gar nicht, oder? Nee. Okay. Ähm, wie machen wir das jetzt? Das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, ich mach mal, mach mal. Ich hab eine Idee, die Idee. Jetzt ist sie da, die ich blieb. Weißt du, weil früher hat ja gesagt, du bist zu hoch. Mach mal, mach mal da einen Temp. Hier? Ja, und da einen Temp. Ja. Mhm. Jetzt hab ich's komplett raus. Ach so, und dann springst du quasi mit Orange da. Ja, ja, ja. Na, jetzt warten wir kurz bis Blau kommt und dann hauen wir rein. Mach mal da einen Temp. Ähm, okay, vielleicht schneiden wir das einfach raus. Du weißt, einige Exhibitionen voran sind topical. Du weißt, wie du gehenst. Bei der Zeit, du siehst, werden sie irrelevent. Ja, komm zu mir, mein Zona. Woh, ich zieht mich immer an. Oh, The December's not working. It's, nothing to worry about. It's actually funny in a way you don't understand. Ha, ha, ha. Man, that's pretty funny. Oh man, that's pretty funny. Oh man, that's pretty funny. Oh man, that's pretty, that's actually hilarious. Ich bin mal kurz auf der Toilette, bis gleich.